Ich lasse ihn jetzt mal picken. Jetzt hat er. Der mit Stealer. Reinhard, 28 Stunden Reiner. Alles klar. Oh Gott. Das ist immer blöd mit der Maus-Sense. Oh, ich sehe. War blöd, wenn man andere Spiele spielt und dann seine Maus-Sense ändern muss, weil in anderen Spielen die einfach so langsam ist, dass da einfach nichts mehr passiert. Oh, make sure you like me genau vor die Nase. Fuck, warum bin ich nur noch alleine hier, what the fuck, Alter? Was soll der Quatsch? Was? Oh, das hat er nicht getroffen, ey. What? Der hat jetzt schon seine Ult? What the fuck? Holy crap. Das war ziemlich übel. Man, Leute, wie klug da einfach. Ich glaube, ja, ich habe nur, glaube ich, nur getroffen. Aber hinten kann ich ihm nicht mehr helfen, ey. Anyone want to join me? My ultimate is ready. My ultimate is ready. My ultimate is ready. Your total visor activated. My ultimate is ready. My ultimate is ready. What's the meaning of them? Puh, knappe Nummer Ah, ich kann nicht gegen alle was anrichten, das ist ziemlich schwer So, wir kommen nicht klar, gehen wir fairer Ah, ich kann nicht gegen alle was anrichten, das ist ganz schön Ah, ich kann nicht gegen alle was anrichten, das ist ganz schön Ah, ich kann nichts machen gegen die, da musst du einfach nur payen, Mann Das hat er anstrengend, da kriegen die halt nicht weg da oben, das ist super dumm, Alter Spiel doch, Trace, also, so, die haben wir schlimmer Ja, ist unser Lucius, Alter Ja, renn nicht weg vom Punkt, Alter Was soll ich dagegen machen? Ich kann nichts dagegen machen Er hätte halt einen Dings gepicken sollen, Reep oder so, so einen Scheiß, keine Ahnung Aber nicht der Tracer, weiß nicht, die ist, ja, ich Ey, leck mich doch, ich rieche die Wurf nicht mehr hin Lol, weil ich die gesleebt habe, ist er nicht mehr raufgekommen, nice Lol, das war, das war super geil Ich habe ihn gesleebt, deswegen konnte er nicht mehr reinspringen Das war super gut gemacht Arschloch Einfach nur Arschloch Ja, vor allem, jetzt spielt er alle fünf Spielsekunden einen neuen Champion Und er wird, äh, keine Ahnung Nein, nicht, warum Ja, Heilgott umkämpfen, ne Alter Ja, Farrah's behind us Ah, der einzige D-Wire-Lebster ist wieder Farrah Nee, die Fokus hat keiner Ja, dann, noch großartig Unser Soldier hat das Feuer auch nicht getan Keine Ahnung, das ist halt schwierig Ach, nee Ich denke nicht, nee Genji ist bei mir Geht Das ist halt nicht möglich, die Fokus hat Ja. er wollte was von mir aber der 101 gegen genji war aber witzig ich wusste nicht ob ich ihn kriege aber ich hab's naja da wird nichts dagegen zu nehmen das wird jetzt noch mal ein richtiger richtiger ekeliger punkte ich mag den teil der map nicht ist auch der meiste die man verliert man weiß ich kann alles einfach alles zu eng man splittet sich zu zu schnell und ja mal gucken mal gucken was wird okay wir gehen alle unten lang finde ich jetzt zwar nicht so nice okay ja high ground to all so got the riser das ist jetzt richtig cancer wir haben jetzt mehrere schilder und so das wird schwierig da rein und durch zu kommen was soll ich jetzt da machen leider ja wohl ja keine ahnung was der quatsch soll was wir da machen ich verstehe es nicht es ist quatsch keine ahnung also nicht warum wir uns alle nicht sammeln ich habe keine ahnung mittlerweile auch bronze kills einfach so dumm ich habe es ja nicht mal die ferra zu killen die haben eine ult benutzt brenner hat es nur noch ich habe sicher bekommen aber die hinter mir alle ja das sollte man nicht forsten da soll da nicht rein gehen probieren fuck das ist ja natürlich super dumm von ihm nice komm guck nochmal die die flashbang ist aber merkwürdig geflohen das höre ich mir mal angucken das sah echt mal creepy aus die wurden gerettet okay das kleine zum die ecke geworfen ja gut ja nichts gegen machen und letzte das wird schwierig das war es aber wie gesagt das ist normal an der stelle das ist halt echt hart lol haben wir sogar noch bekommen den Mcfrey schade eigentlich hätte ich das gern so flawless im 3-0 hinter mir gelassen aber die gegner sind nicht wirklich gut also man hat ja von gesehen den genji habe ich halt im one on one gemacht weiß nicht das ist halt klar ich bin einer aber mal schauen was kommt gut ja keine ahnung die sind halt in manchen stellen reingegangen konnte ich einfach nicht verlaufen keine ahnung da war das ganze team hinter uns und ja und sei einfach vorne reingegangen einfach besser machen fertig positiv ist denken so gewinnt man spiele behind us pharah again wieder dasselbe es ist wieder der punkt und wieder ist pharah hinter uns es ist die ganze zeit immer dasselbe weiter es ist schon das zweite mal dass sie einfach hinter uns rumpimmelt ich hab's gehört ich hätte mein sleepfrey besser setzen müssen aber das ist auch kein problem gewesen es ist auch ein punkt by the way ne Da schwimmen wir nicht so rum, da. Ey, ist ja schon wieder. Da würdest du mich verarschen. Vor allem, warum? Was? Oh, hat die mich gesehen, dass ich schon vorher so viele Kugeln gefangen habe? What? Hä? Verstehe, ne? Jo. Brauchst Heilung und dann geht's so los, ja. Das ist einfach so. Aber wir schmeißen das gerade irgendwie weg. Ich kann nicht mehr, warum? Fairer right side. He's sleeping. Du stürbst. Ich bin der hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Fuck, ey, das kann doch nicht sein, ey. Was? Was, was war das, Alter? Die hat mich um die Ecke erschrocken. Warte mal. Das muss ich sehen. Das war echt merkwürdig, Mann. Und wieder meine Ult für nichts und wieder nichts, weil unser Heim hat instant gestorben. Geh doch nicht rein, weil deine Heiler nicht da sind. Oh, nein. Warte doch einfach auf alle, Alter. Und wieder ist die Phelra an meinen Arsch die ganze Zeit, Alter. Da. Was ist das? Alter, das ist ja unglaublich, Alter. Keine Ahnung, man. Er rennt doch die ganze Zeit alleine rein. Was soll ich denn machen? Heider sind halt tot. Ist halt so. Und sie hat es wieder. Unglaublich, Alter. Gibt ihr bloß nicht den Punkt. Alter. Alter, was mich auch einfach alles trifft. Ja, wir haben das zweite Runde verloren. Das ist das Verliebe-Nordes-Spiel, wenn es so weitergeht. Aber es wird sich wirklich abmuten, ja. Das ist das Verliebe-Nordes-Spiel. Das ist das Verliebe-Nordes-Spiel. Das ist das Verliebe-Nordes-Spiel. Boah, Wander 5, ne? Boah, das... Keine Ahnung. Das lief vorher so entspannt, ne? Und jetzt auf einmal, alter. Und wie, da ist Aira Instant da, alter. Ja, Tracer auch. Ja, die Tracer, ne? Ist einfach so nervig, alter. Wenn du sie so weitermacht, alter hat die gleiche Heroin zusammen. Und verhörst du, alter. Ah, die Fresse. Leute, die schläft sogar? Warte, warte, warte. Er hat sie genau in den Sleepfy reingezogen. War geil, alter. Was war das jetzt für eine Aktion? Keine Ahnung. Ja, wow. Wir sind zwei nur mit mir beschäftigt. Ja, was soll ich machen, alter? Was soll ich machen, ne? Ah. Die geben sich halt so viele Mühe, mich mittlerweile zu killen, oder? Echt übel, Mann. Was? What? Was? Yeah, hab ich mal, 때�yg Hunting. was? 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 Die fliegt nur so ganz knapp, glaube ich. Da kommt was. Ich probiere es, aber ich kann es nicht machen. Ich komme zu nichts, ich kann nicht heilen, ich komme zu nichts mehr. Der Affe mich die ganze Zeit chased, wie so ein Behinderter, keine Ahnung was der Quatsch soll. Ihm bringt es nicht mal irgendwas, das ist es ja, ihm bringt es einfach nichts. Ja gut, das doch rein hat er jetzt rein, Schatz bringt mir ja nichts, weil ich ihn nicht heilen kann. Die holt sich Heilung. Nice. Wenn sie sich Heilung geholt hat, haben wir es gewonnen. Was du schläfst. Nochmal gucken. Ich denke, ich denke unser Soldier. Nee, noch nicht. Ah, der Warfighter wahrscheinlich von hinten geholt hat. Nimmt noch nicht. Fuck, Alter. Nimmt noch nicht. Was? 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 Was?